Hallo Leute, heute zeigen wir euch ein kleines Lego Technik Video. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, es ist ein Teil von einem Auto. Besser gesagt, es handelt sich um eine Lenkung mit Antrieb. Dies kann man ganz gut in den Monster Truck einbauen, wenn man Allradantrieb haben will. Jetzt zeige ich euch noch, wie man die Lenkung baut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.